Oh nö, oh man, oh nö, ich hasse sowas, wenn ich den schönen Level nochmal von vorne machen muss, obwohl ich doch nur eine Sache brauche. Da wünschte ich, ich hätte einen Emulator, also ich würde es über Emulator spielen und könnte es vorspulen. Komm, Plattform her. Ui, Drehattacke, ne Wirbelattacke ist es ja in dem Fall, ne, hui. Vor allem, ich hasse an Scrollen, ich finde es ja nicht so schlimm, dass die so scrollen, aber ich finde es so ätzend, dass die so langsam sind. Du bist so weit vorne und dann kommst du nicht weiter, weil du nicht weißt, was da vorne ist, weil es nicht so schnell weiterscrollt. Das ist ätzend. Das ist ätzend. So, jetzt komm schon. Mir fängt nichts mit zum Reden gerade ein. Geh weg. Dich will niemand sehen. So, hier bin ich ja jetzt gerade eben gestorben. Kommt hier vielleicht nochmal irgendwas? Ja. Wäre sogar gekommen. So, und hier ist jetzt gleich der Stempel, ne? Ah, Alter, nein! Mir ist zu viel los hier. Okay, der eine ist weg. Aha. So, und jetzt schnell schnappen. Jawohl. Ich meine, wir hätten noch einen auf Reserve gehabt. Jetzt haben wir noch eine Hilfe verloren. So. Hier hat man die Flagge sogar schon in Gold. Dann können wir jetzt auch hier runter. Bei Rosalina kannst du jetzt nicht sagen, ob sie traurig ist oder so. Das siehst du gar nicht bei ihrem halb verschleierten Gesicht, wenn da die Haare die ganze Zeit drin sind. Boah, Alter, wir haben echt fast alle Stempel, ne? Fehlen nur noch ein paar. Ich weiß gerade gar nicht mal, wie viele insgesamt. Müssen gleich mal gucken. Ups. Ich drücke immer den falschen Knopf. Das ist echt ätzend. So. Es fehlen doch noch gar keine Stempel mehr. Was soll denn das? Guck mal, wir haben doch alles. So. Drei Sterne. Zwei Flaggen. Weltstern 7 ist unser nächstes Ziel. Weltstern 7. Und vielleicht haben wir da noch die Chance, eine Feuerblume zu finden. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Die Hoffnung stirbt so. Aua. Letzt. So, hier gab es den Maxi-Pilz. Weg. Weg. Ich hasse Bäume. Ich hasse Natur. So. Jetzt müssen wir hier rein. Das ist auch der Vorteil bei Rosalina. Selbst ohne Feuerblume kann sie hier im Wasser angreifen. Also, es ist wirklich eine super Charakterin für die verschiedensten Abteilungen, die du sie einstufen kannst. Eine unverzichtbare Hilfe. Ich glaube, hier gab es nur Maxi-Pilz. Och, Mann. Aus dem Weg. Hui. So, kann ich kurz wieder kleiner werden? Ich muss noch irgendwo den dritten grünen Stern finden. Ist der hier oben irgendwo? Nö. Geh mal runter. Vielleicht ist er hier irgendwo in der Nähe. Kann ich da runter? Hey. Was soll denn das? Och, Mann. Okay. Durch die Röhre kommen wir ja ins Freie. Genau. Komisch. Zerstören wir mal. Aua, Gumbas. Was soll denn das? Okay, dadurch gibt es leider keinen. An die Fahne kommen auch nicht nach oben. Scheiße. Ja, nicht nur so ein Druck. Du bist schlecht, Rosalina. Du gibst es doch nur nicht zu. So könnte der sein. Aua. Sorry, ich habe gerade eine SMS bekommen. Die musste ich gerade durchlesen. Ich habe gerade erfahren, dass mein Hase gestorben ist. Mann, oh. Ruhe in Frieden, mein lieber Hase. Wir werden uns eines Tages hoffentlich wieder im Jenseits sehen. Ja, ist leider traurig, ne? Oh, okay. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Ja, ist traurig, sowas mitten im... Sagen wir mal... Wie soll man das denn nennen? Halt in Situationen zu erleben, wo man witzig sein sollte. Oder halt ein bisschen munter. Aber so ist das Leben leider, ne? Man kann daran nichts ändern. Schlechte Nachrichten kann man leider immer bekommen. Warum man es nun will oder nicht? Rest in Peace. Wenn ihr euch jetzt fragt, wieso ich nicht vielleicht irgendwie bei meinem Häschen war oder so, vielleicht anstatt hier aufzunehmen. Ich bin gerade bei meinem Vater und das Häschen ist leider bei meiner Mutter und meine Eltern leben getrennt. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Und deswegen habe ich einfach mal gesagt, ähm... Ich komme so schnell nicht rüber. Deswegen... Sonst hätte ich es natürlich gleich gemacht. Ist ja klar. Na ja. Gestern habe ich ihn ja zum Glück noch gesehen, als es ihm noch gut ging. Also von daher... Passt schon. Er war ja auch alt, also von daher darf er ja auch sterben endlich mal. Er war wirklich alt. Ich glaube, wir haben ihn gehabt. Da war ich noch, äh... Anfang 10. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Irgendwas mit 11, 12 oder so haben wir den mal gekauft. Also von daher wirklich... Wow. Hat er wirklich lange durchgehalten? Und ich weiß ja, dass es ihm jetzt besser geht. Das muss man immer im Auge halten. Ihm geht es jetzt besser. Er hat keine Schmerzen mehr. Das ist doch das Schönste, oder? Wenn man weiß, dass es einem gut geht. Ich erinnere mich an den Level übrigens noch sehr gut. Da hatte ich mich nämlich ziemlich dumm angestellt. Das weiß ich noch. Was, ich glaube, entweder den Stempel oder die Sterne anging. Aber hier geht es uns ja nur darum, dass ich nochmal an den Flangenmasten springe. Und erfolgreich diesmal. So, ich wandere hier mal... Oh, halt. Ich möchte da hinten raus. Hui. Wisst ihr, was ich glaube? Wegen den... Wegen... Wegen den Stempeln, die uns noch fehlen. Dass die hinter diesen... Versteckten... Ding warten. Hinter den... Felsen, die wir ja freischalten müssen noch. Müssen wir den treffen? Ja. Aber den müssen wir nicht treffen. Ach, das war ein Stern. Okay. Okay. Nein, daneben. So. Der hat getroffen. Ach, das war alles. Okay. Warte mal. Ich möchte mal kurz... Danke. Die brauche ich nicht mehr. Jawohl. Sehr gut. Okay. Das war das. Jetzt fehlen uns nur noch diese blöden zwei Sterne. Ja. Und dann haben wir alle Sterne. Und dann fehlen uns nur noch die Flangenmasten. Die wir ja wirklich sehr schnell bekommen. Und ich meine, da müssen wir jetzt wirklich nur noch durch die Level durchrennen. Und dann haben wir das. So, jetzt gucke ich aber gerade mal Welt 1. Gibt es da noch ein Toad House? Dann holen wir uns dann so eine scheiß Feuerblume ab. Dankeschön. Das nehmen wir auch nochmal mit. Und wir nehmen mich in Reserve. So, jetzt haben wir unsere scheiß Feuerblume. So. Komm, damit wir das auch nochmal gemacht haben, fliegen wir doch mal mit der Rakete nach oben. So. Okay. Letzter Level in Weltstern. Dann haben wir es. Ich finde es nur noch die Flangenmasten. Dann haben wir es wirklich geschafft. Wahnsinn. Hätte ich ja nicht gedacht. Weil ich muss ehrlich sein, ich habe es nicht mal in Super Mario 3D Land geschafft, wirklich alle Sternmünzen einzusammeln. Aber ich habe es natürlich trotzdem geschafft, wirklich auch den allerletzten Level zu spielen. Deshalb habe ich dann da aufgehört. Nachdem ich alle Sternmünzen hatte, um den letzten Level aufzumachen, habe ich tatsächlich aufgehört, das Spiel zu spielen. Also, ich meine wegen 100% und so. Ich habe es natürlich trotzdem noch weitergesuchtet irgendwann. Luigi, was machst du schon wieder auf dem Ball? So. Okay, das ist zum Glück noch Stern. So. Stern her, danke schön. Luigi, ich sage dazu mal gar nichts. Ich glaube, im Feenland wird das Jahr des Luigis wirklich geehrt. Weil wir müssen es nochmal, wir müssen nochmal sagen. Das hier ist das Feenland. Und nicht das Pilzkönigreich, wo vielleicht Mario und Luigi berühmter sind. Nein, das ist das Feenland. So. Haltestelle. So, sicher ist sicher. Falls wir nochmal sterben, habe ich sie jetzt in Reserve. Okay, was ist das hier? Oh, was? Ist es euer Ernst? Okay, es ist definitiv ein Pixel-Zelda, also ein Pixel-Link. Ich hoffe, ich habe noch genug Zeit. Ja, habe ich. Da, 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 da. Ah, schön. Ach, komm, ey. Jetzt auch noch die Musik, ihr seid so geil. Oh, Mann. Ihr seid cool. Letzten, bei so mal für die Land gab es übrigens auch ein kleines Easter Egg mit Zelda. Mal, da kam man in so einer geheimen Kammer, dann hat man einen Durchgang geöffnet und dann... ...dududududududududum. Ist cool. Gefällt mir gerade. Muss gerade ein bisschen grinsen. Ja, so ein Legend auf Zelda-Let's Play war doch auch mal wieder... ...wär doch auch mal was. Ich meine, wir haben es ja noch nicht gemacht, deswegen wollte ich gerade sagen, auch mal wieder was. Vielleicht war ich, weil ich das letzte Mal halt Zelda gespielt habe, als das Link Between Worlds rauskam. Von 3DS. Das war mein letztes Zelda, was ich gespielt habe. Es kässt mich ja immer noch, dass ich keine 3D-Let's Plays machen kann, ne? Habe ich dir schon erzählt? So, scheiß auf Münzen. So, damit haben wir alle grünen Sterne, alle Stempel, nur noch ein paar Pfahlen... ...Pfahlflangenmäste, die vergoldet werden müssen. So, dann gehen wir nach oben. Jetzt gucke ich trotzdem noch mal kurz ins Logbuch, damit wir wirklich alles haben. Weltpilz, 2 Stück und hier 3 Stück, also noch 5. Das machen wir noch kurz. Hier haben wir schon mal eins verpasst. Ich glaube, wir mussten hier Speedrun machen, ne? Irgendwas war hier Speedrun, oder? Nein, okay. Aber wir mussten ein Ding sammeln, Münzen. So, hier war doch die erste. Und ich glaube, auf dem Baum waren auch noch eine. Ja, wir konnten sehen. Eins, zwei, drei... Eine noch. Vier, da hinten. So, weg mit dir. Ha, ausgetrickst, Stachy. Du armer kleiner Kerl. Jetzt lass mich doch da hoch. Oh! Ey, Rosalina, komm. Na gut, dann eben nicht. Machen wir es halt so. Oh, das gibt es doch nicht. Na, das ist... ...blöden, unsichtbaren Blöcke da. So, einmal draufschlagen, bitte. Ach, danke. So, lass mich raten. Ach, Mann, ey. Das regt es aber auf. So, jetzt bin ich hier oben. Oh, ich hasse unsichtbare Blöcke. Aua. So, eine noch. Ich weiß nicht, ob sie noch weiter unten ist. Ich kletter mal hier hoch. Hier war der Stern. Ich glaube, hier war nichts mehr. So. Oh! Wo zum Teufel waren die? Scheiße. Ich muss noch mal kurz gucken. Ich weiß, dass ich sie gesehen habe. Deshalb... Wo waren die? Komm, Rosalina, steig mal den Baum hoch. Hä? Hä? Ich habe die doch gesehen. Was soll denn das? Nö. Hä? Aber ich glaube, ich weiß, wo. Sag mal, bin ich jetzt wirklich zum Blöd zum Zählen? Das gibt es ja nicht. Ich schäme mich. Halt, die nehme ich aber mit. Hier war eine Röhre, aber ich glaube nicht, dass es da ist, ne? Nein. Alter, wo habe ich... Das gibt es doch nicht. Ich habe die doch gesehen, oder ist die jetzt unsichtbar geworden? Hälfte mir mal auf die Sprünge. Oder war die hier im Baum? Nö. Das gibt es doch nicht, ey. Wo habe ich... Wo... 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 Ich verstehe das jetzt gerade überhaupt nicht. Wie kann ich denn so verpeilt sein? Alter, Rosalina, jetzt regt mich nicht auf. Mann. So. So, hier oben waren wir doch schon. Da war doch nichts. Oh, doch, natürlich. Ich glaube, ich weiß, wo. Pass mal auf. Hier ist ja noch ein Baum. Oh, Mann. So, dafür können wir jetzt versuchen, da runter zu hüpfen. Oh, 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 oh. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Wo ist die Brücke, wo ist die Brücke, wo ist die Brücke? Oh, Gott. Oh, oh. Okay. Wenn ich jetzt gestorben wäre, hätte ich geschrien. Wie soll denn das gehen? Sind die unsichtbare Blöcke? Ne, hä? Verstehe ich nicht. Nein! Oh, nein, nein. Mann, oh, das gibt es doch nicht. Nein, da gibt es nichts zu lachen, das ist scheiße.